In Los Angeles laufen die letzten Vorbereitungen. Die übergroßen Oscars werden aufpoliert. Der Teppich, der zum 1. Mal nicht rot, sondern Champagnerfarben sein wird, ist ausgerollt. Nun steigt die Spannung, auch für eine Produktion des MDR, zusammen mit Arte. Diese Rolle des MDR bei den Oscars, das gab es auch schon. Also muss man sagen, es ist jetzt nicht die 1. Nominierung. Aber das ist jetzt nicht im Hinterkopf, dass man denkt, wir müssen das jetzt jedes Jahr schaffen. Die Dokumentation Heimweh, Kindheit zwischen den Fronten, hat es geschafft und ist nominiert. Der Film von dem dänischen Regisseur Simon Lering-Wilmont begleitet 2 Jahre lang die Kinder im Kinderheim Briut in der Ostukraine. Dort, wo seit 2014 gekämpft wird, wachsen Kinder aus zerrütteten und kriegsversehrten Familien auf. Sie werden umsorgt von liebevollen Erzieherinnen. Toll finde ich, dass 2 von den Erzieherinnen jetzt auch nach Los Angeles fliegen und sich quasi diesen Wahnsinn dort auch noch mal angucken, was da passiert. Ich glaube, da prallen auch noch mal 2 ganz verschiedene Welten aufeinander. Da freue ich mich sehr drauf. Die Filmarbeiten waren bereits vor dem russischen Angriff am 24. Februar 2022 abgeschlossen. Mittlerweile gibt es das Kinderheim nicht mehr. Die Kinder sind in Lviv und Wien untergekommen. Unverändert aber bleibt eine Frage. Welche Folgen hat Krieg für Kinder? Darum kreist der Film. Dieser Film, der hat ja im vergangenen Jahr also quasi seine Festivalpremiere auf dem Sundance auch in den USA gehabt und dort auch den Regiepreis gewonnen und über das gesamte Jahr 2022 eigentlich alle wichtigen Dokumentarfilmpreise gewonnen. Und dass das jetzt noch mal von der Oscar-Nominierung gekrönt wird, das ist natürlich absolut phänomenal. Egal, ob Oscar prämiert oder nicht, wichtig ist, dass der Film gesehen wird von vielen Menschen. Die Möglichkeit dazu haben sie bis Mitte Mai in der Arte-Mediathek.